Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was, Mädchen? Tod. Mein Baris? Nein. Sie hatte von nichts und niemandem Angst. Wir können einander helfen. Ich bin wegen meiner Schwester noch da und will vollenden, was ich angefangen habe. Sie ist da. Glaub mir, sie ist da. Die Frau ist tot. Ich habe mich an dich gewöhnt. Ich werde immer da sein. Da. Ihre Geschichte ist an den Haaren herbeigezogen. Weißt mir doch nach, dass das nicht stimmt. Ich will meine Mücken sofort. Komm schon, Monika. Gib mir doch eine Chance. Monika! 135.000 Dollar. Deine Mom und dein Dad sollen in der Hölle schwund. Denk mal an mich. Wird mir nichts anderes übrig bleiben.